Ich habe keine Ahnung, was das war. Du bist nach links rübergekippt. Mit zu viel Tempo in die Kurve, ganz klar. Ja, klar. Würdest du nicht mal lernen, wenn man das Ding ohne Autostart anträgt? Nein. Das konnte ich ja schon. Ich habe es nur wieder vergessen. Und da wir so oft spielen, habe ich das beim nächsten Mal dann wieder vergessen. Das lohnt einfach nicht. Und zwar daheim, können wir mit einer Turbine fliegen? Ich weiß nicht, aber du wirst es mir gleich sagen, um etwas herauszufinden. Rechte Steuerung L. Was ist das? Steuerung L. Was ist das? Fahrwerk einfahren. Ach so. Ich wollte noch ein bisschen rollen. Tiefer, tiefer. Wuii. Oh, 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 oh. Muss man schnell gegenhalten. Aber okay, ich fahr das mal ein. Ich flieg jetzt über dich. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Okay. Da flieg ich da drüber. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube ich muss mir den Lüfter Simulator wieder bauen. Da ist ein Brack vom letzten Versuch. Was zur... Da ist auf einmal ein Tiger. Willst du mir irgendetwas sagen? Auf einmal. Ja, wirklich. Du warst genau hinter diesem Baum. Und du warst genau diese Farbe wiedererbauen mit deinem Heck. Wir sollten die Mission mal neu starten. Wir haben kaum noch eins. An wem könnte das liegen? An dir?